Mein FIFA 20 Team. Da soll noch jemand anders hin. Da kommt der James Wick und da kommt dann Gareth Bale Foodbirth dahin. Ah, das ist meine Bank. Ein paar Leihspieler trotzdem. Und ich weiß nicht irgendwo, hier Kaka soll vielleicht draussen. Der Ribéry Shapeshifter soll dahin. Muss ich mal gucken. Was sagt ihr zu dem Team? Was kann man verbessern?